Mark hat ähm epische Copgun, Raketenwerfer, Treffenssturmgewehr und Sniper? Ja, da ist sowas offen. Ich glaub da sind Leute drin. Ich glaub, Delfine sind schon mal her. Da ist ne Wolfsfähigkeit. Oh, cool. Ihr weiß nicht. Oh, mein Lieblingssturmgewehr. Hier ist ne goldene AK. Ne. Ne. Wie, einfach, du bist da durchgegangen, das ist egal. Headshot Snipe. Headshot Snipe. Sehr ja. Übertreib nicht. Ja, Lara. Wird besser. Gordon, wie alt bist du? Ich bin drei. Was, was? Morgen bin ich auch noch drei. Hier ist noch einer. Wer weiß nicht. Hans. Sag es doch. Ich tue es doch. Ach ja. Das Spiel ist so einfach. Genau. Viel ist so einfach. Lara, du kannst deine Waffe weiterentwickeln. Hä, ich hab nicht mal so eine. Das, warum besteht das bei mir? Das sind drei, äh, Splylylylylylylylyls. Das steht doch. Das ist nur noch ein C, oder? Ja. Oh mein Gott die ist ja bei mir. Was? Da istまあ, das ist das war's ja noch. Es kommt mal. Einer ist unterwegs. Der Aim-Bot, Spider-Man. Hui! Nice, GG. Mein erster Kill. Nice. Ich hab auch nur 17 gemacht, tatsächlich. Ich hab einen Kill. Digga, Mark hat 6 Kills gemacht. Aber ich hab einen Assist. Kommt der Logi? Ja. Ja, was machen die denn? Vor allen Dingen, wo machen die was? Ja, ich wurde angeschossen. Von wo? Ah, hab ja auch einen Kick gemacht. Oh mein Gott, ich schieße ihn echt wieder. Was mache ich ja die gerade mit dem... Selefanten. Da haben wir jetzt aber ordentlich aufgeräumt schon mal wieder. Wepping the Snipes. Ich stehe da anders. Da kann ich's nicht mehr sein. Es sind nur zwei Stück. Ja, das muss ja auch sein. Ja, das muss ja auch sein. Deswegen wollen wir noch mal kleiner. Ich glaub, sie machen hier auch. Ich glaub, sie machen hier auch. Egal, was sie machen, es bringt ihnen nichts. Ja. Wir haben genug, was von mir alles auseinanderziehen. Nein. Weil Heal-Off heißt, dass die nicht in der Zone sind, sondern irgendwo im Nirgendwo ist. Sonst. Hey, da war einer. Da war er. Lukas hat den letzten gesehen. Sehr schön, meine Leute. Sehr schön. Ja, weiß ich. Hallo Leute, hier ist der MC Rossi Fanshop. Hier gibt es vieles von euren Lieblings-Streamer und Content-Creator. T-Shirts, Turnbeutel, Hoodies und vieles, vieles mehr. Geht auf den Link in der Videobeschreibung und holt euch eure Produkte. Hier gibt es jede Menge. Schaut es euch an und kauft fleißig ein. MC Rossi Shop. Alles, was ihr braucht.